Hallo meine lieben Damen und Herren, ja, es ist wieder soweit. In der Werbeanzeige ist es letztendlich so, du kannst heute für jeden ausgegebenen Euro zwei Euro morgen schon wieder zurückverdienen. Du kannst aber auch für jeden ausgegebenen Euro morgen null Euro zurückverdienen. Du kannst aber auch für jeden ausgegebenen Euro heute in einem Jahr 10 oder sogar 20 Euro zurückverdienen und das ist letztendlich, meine Damen und Herren, das große Geheimnis von Long-Term Strategies, haben wir ja letztens hier schon besprochen bei uns auf dem Kanal. Da lade ich euch auch herzlich ein, den Kanal zu abonnieren, denn wir haben ja immer wieder sehr, sehr heiße Themen aus der Praxis, wo wir letztendlich bei unseren Kunden über Jahre einweg mal wieder ausgetestet haben, insbesondere in der IT-Branche, wo ja manches doch wieder ein bisschen anders funktioniert wie in anderen Branchen, ja, insbesondere auch in B2B, denn in B2B ist es ja so, da geht es um die sogenannten Touchpoints, ja, das heißt, du brauchst in B2B, wo du quasi, sagen wir mal so einen B2C-Shop, ja, hast du vielleicht deine zwei, drei Touchpoints und dann kauft jemand irgendwie eine Zahnbürste und in B2B natürlich, desto hochpreisiger das Ganze, desto komplexer die Produkte und Dienstleistungen, die du verkaufst, was ja in der Regel in der Fall ist bei meinen Kunden in der B2B-Branche, da hast du häufig teilweise, ja, 10, 20, vielleicht sogar 30 Touchpoints über ein Jahr weg, bis dann letztendlich jemand bei dir bucht, ja, einen Workshop für mehrere tausend Euro oder zehntausend Euro und dann letztendlich die Folgeaufträge, die dann teilweise sechsstellig sind, bis hin zu teilweise siebenstellig, ja, mit Kundenwert und, also Customer Lifetime Value von, ja, eventuell mehrere Millionen Euro auf die nächsten Jahre gesehen. Das heißt, hier ist absolut das Long-Term-Game, ja, gefragt und langer Atem und auch, sagen wir mal, perspektivische Marketingstrategien und Konzepte zu erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden und dann sich auch umzusetzen und einfach durchzuhalten, ja, also, nochmal, wir sind hier im B2B-Bereich, nicht im B2C-Bereich, mit zwei, drei Touchpoints und Sales-Zyklen von 24 Stunden. Liebe Grüße, dein Thomas Klein, Ciao, ciao.